Der ProSieben Mad Monday. Der Wochenstart mit der Lizenz zum Durchdrehen. Wenn wir so anfangen, wo wird das enden? Es müsste das Abgebild sein und voller dummer Entscheidungen. Aha! Ja, warte. Dieser Tag hat es in sich. Was ist denn mein Wort nicht zu verstehen? So kann die Woche losgehen. Der ProSieben Mad Monday mit neuen Folgen von The Big Bang Theory, Young Sheldon und The Middle. Ab 20.15 Uhr.